So lange es mich jetzt nicht wirft. Oh ne, doch nicht. LOL LOL, jetzt hat er den eingefroren. Nein, ich will nicht die Aggro haben. Komm, dann werfen wir meine Feuerfalle drauf. Geht weg. Ich hoffe du packst es. LOL, jetzt habe ich hier so einen komischen Klon von mir. Nein, jetzt flieg ich aus der Welt raus. Echt jetzt? Ja, ich wurde aus der Welt rausgekickt. Der macht einfach diesen komischen, dieses behinderten Angriff und wirft mich aus der Map raus. Nein. Alter. Kann ich meinen Geist frei lassen? Ja, kann ich. Alter. Okay. Labert der gerade noch was oder? Ne, ich bin gestorben. Okay. Dann müssen wir nochmal hingehen. Oh. Ich hoffe wir müssen jetzt den ganzen Dungeon nicht nochmal von vorne machen. Nein. Ja, stimmt ja. Das ist ja hier so Schlachtzug. Ja, weil... Und da sind... Die Boss, die wir ja getötet haben, die bleiben jetzt bis nächsten Mittwoch tot. Also bis zum nächsten Reset. Ja. Von dem Dungeon, okay. Gut. Dann müssen wir den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Kriegst du runter, man. Ich kann nichts dafür. Jetzt töten. Ach, wir müssen jetzt wieder die ganzen Viecher da töten oder was? Nein. Okay. Wir können doch theoretisch den Teleporter nutzen. Und da jetzt nach der... Da hingehen. Wo wollen wir hin? Obere Spitze? Äh... Ja, genau. Das war das. Da können wir gleich in den Teleporter steigen. Soll ich mal auf Heels becken? Vielleicht schaffen wir es dann. Ja... Eventuell. Naja, ich habe ja nicht so viel Schaden bekommen. Ich habe ja immer hier durch... Dingens. Durch diese Geisterbande oder was auch immer hier nochmal. Das bekommen. Dann mach ich noch auf Heels, bevor wir nochmal machen. Okay, dann warte ich noch. Ich hoffe, ich fall nächstes Mal nicht wieder irgendwo runter. Ja, du musst dich halt so hinstellen, dass er dich höchstens zum Thron reinschmeißen kann. Ja, dann stelle ich mich einfach zum Thron. Bist du zum Thron geflogen, oder? Ja. Okay. Weil ich bin ungefähr... Warte... Äh... Bist du schon da? Nein, noch nicht. Okay. Weil ich zeig dir mal ungefähr, wo ich gestanden bin. Da, oder was? Warte... Ja, ich bin ungefähr hier gestanden. Und dann bin ich genau in die Richtung nach da vorne geflogen. Richtung dieser Felsen. Könntest du mich hier hinstellen? Ja, dann könnte ich mich hier hinstellen. Obwohl ich da... Man kann sich an den Pfeilen orientieren. Sozusagen. Dann springst du nämlich hier dagegen. Ja, ja. Du weißt. Aber ich habe mich gleich so in Richtung Thron gestellt. Ja, dann fliegst du nur nach da oben. Also dann machen wir jetzt nochmal... Warte, schwärzen wir ihn gleich nochmal dran. Ja, dann laber schnell mit vordringen. Und dann... Ich lass das aber alles in der Aufnahme drinnen einfach. Lassst du dich zu mir? Ja. Guck mal, ich stelle mich jetzt genau neben ihn hin. So Big-Bro-Freundschaft. Ey, das muss... Ey, das ist einfach so riesig. Der ist doppelt so groß wie du. Warte. Jetzt wink ich ihm zu. Ihr umarmt den Licht-König. Ihr umarmt den Licht-König. Ihr umarmt den Licht-König. Ja, okay. Champion, der Angriff! Das hört sich so an, als würde der... Komm, Markus. Ja, komm, André. Ja, komm, André. Komm, was im Schaden. Das hört sich so an, als würde der Kacken müssen. Der Vordring. Ja, das auch. What, fudge. Die Ads, Alter. Soll ich mich auch um die Ads kümmern, oder... ...ähm... Hurricane, aber ich krieg damit die Ads weg. Okay. Soll ich nochmal den... ...ähm... ...black arrow? Oder auf schwarzen Fall. Wie viel Schaden macht der eigentlich? Der macht... ...9,5k. Okay. Nein, ich will den Licht-König angreifen. Wo ist der denn? Der Olle. Der steht in der Mitte. Ach so. Ja, dann... ...muss ich ihn da angreifen, hoffentlich meine... Ne, meine Range reicht nicht aus, dann muss ich ihn ja ran, okay jetzt. Mach mal die Ads weg, hier. Nein, ich bin... Oh, ich bin tot. Oh, echt jetzt? Ja. Okay. Ich hoffe, ich packe das jetzt. Machst du, Markus. Alter, wie du halt weggesummt wirst. Genau, Alter, wie Schuppi das schafft. Der steht einfach so dran. Alter. Boah. Da hab ich fast weggeworfen worden. Alter, wie du einfach nur... ...das, Mann. So weit weggetan, dass du den Turm noch nicht mal mehr siehst. Wir sind wirklich willkommen euch herum... ...zu Sahelrecht. Ja, ich seh nix. Ja, ich weiß, es ging mir genauso. Markus, mach mal fertig. Achja, du stirbst, aber du solltest... Ja, ich weiß. NEIN! Jetzt bin ich auch aus der Welt raus! Oh, Scheiße! Alter! Oh, fuck, Alter! Einfach nur, weil dieser behinderte... ...einfach dieser behinderte Ass neben mir schlägt mich einmal so und einmal sofort richtig weit weg. Ja, also wir sollten uns um die Ass kümmern hören. Ja, das sollten wir lieber machen. Diese komischen Spiegelbilder. Zwei Wipes in einem Run. Ja, richtig gut. Weißt du, die anderen Bosse alle so locker flockig Jolo? Ja, so locker flockig Jolo. Bloß du bist einmal gestorben, aber ich hab das noch gut gecarried. Ähm, und dann ähm... Eigentlich alles richtig einfach und bei diesem Bosse einfach mal... ...einfach mal richtig hart mal aus der Map geworfen. Das ist der... Das ist doch immer so scheiße dann auch noch aus. Ja, klar! Wie du... du fliegst einfach bloß mal endlos so weit weg, dann so nach ganz unten. Und wie... Das Geniale ist ja auch noch, du fliegst... Du fliegst dann auch noch nachdem du ganz... ...nachdem du runtergeflogen bist, fliegst du noch mal so weit runter, dass du dich einfach immer weiter von dem Punkt entfernt. Oh scheiße! Ich weiß... Wobei ich... äh... ...muss ich... ...wenn ich so mal Ausrüstung schnell reparieren... ...nach den... ...zwei Toden. Zwölf Gold... Naja, es geht ja noch. So. Obere Spitze... ...schnell was trinken... Kann ich Schuppi eigentlich mit Dings aufsetzen? Ne, kann ich nicht. Sollte ich ein anderes Patch vielleicht auch eventuell auspacken? Wobei Schuppi, der passt... ...das passt ja eigentlich mit dem. Wobei... Was mich aber schon interessiert... ...war ich habe seit dem neuen Patch noch nicht Oklav ausgepackt. Mal gucken, was der so hat. Noch... ...eigentlich jetzt. Genau, der hat 41k, oder? Haha, lol. Guck mal. Mein treuer Gefährte. Den werde ich aber nicht hier lassen, weil... ...ich brauch den ja nicht als Tank. Ich hoffe, ich kann da schon gut tanken. Und der macht ja auch noch... ...Rüstungs... ...ähm... ...hier sein Rüstungszerfetzen drauf oder sowas. So. Jetzt... ...kommt das nochmal. Mal gucken, wie... ...ob wir jetzt dann wieder sterben oder nicht. Next try, please. So bekleinter, was hat denn der eigentlich hier alles... ...hier ist auf... ...ildheit. Hast du jetzt mit dem... Ach, du hast ihn angepasert, John, ok. Der vielgerühmte Schreiber des Lichts ist... Bla bla bla... ...müssen hier immer so viel reden. ...und nicht eure Gnade ausliefern, vor Ring? Wir werden euch schnell töten, Arthas. ...eine Gnade, die ihr den Zahllosen versagtet... ...die ihr hammeredet habt. Ihr werdet ihre Qualen. Ja, bla bla bla... Halt die Schnauze. Meie. Ich hebe mein Glas auf den Lichtkönig. Prost. Kann ich auf den so ein Ding werfen? Ne, ich kann nur auf mich selber ein werfen. Ja, auch mal einen, so als Katze. So, jetzt habe ich sie eingegeben. Wie er uns aber diesen Befehl gibt. Oh. Ich möchte nicht, dass der größte Zempchen des Lichts verpasst, wie ich diese elende Welt neu gestern. Genau, zuerst jetzt ist die Welt auch noch elend, ok. Ne, jetzt läuft sie da wieder in die Mitte. Ja, jetzt macht er wieder seinen schwulen Angriff. Du bist nur an der einzige Welle leid. Pass auf. Ah ja, jetzt ist mein Ad da. Ich muss mich jetzt ganz schnell wieder runterhauen. Du, es stirbt. Weil die können dich hier wegschlagen. So, jetzt habe ich Arthas ausgewählt. Das passt, das läuft ja gerade ein bisschen gut. Du bist nur an der einzige Welle leid. Alter, der immer noch ein... Nein, 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 nicht noch... Nicht noch mal... Nein! Okay. Wie übertrieben das einfach nur ist. Ich guck mal, dass ich es schaff. Der ist nur noch bei zwei... Der ist bei zwei Millionen. 1,8, 1,7. Ich glaube bei einer Millionen, dann tötet der mich so oder so. So witzlos, Alter, wie der mich immer wegschmeißen muss, ja. Oh, oh. Ich habe hier jetzt ein Ad von dir und mir dran. Ich... Guck mal, dass ich jetzt... Hier die beiden Ads besiege. Bevor die mich runterhauen. Ich habe meine Sicht hier. Ja. Warte, ich mach mal auf Ultra. Ja, jetzt sehe ich den Turm wieder. Okay. Ich habe meine Herausforderungen gemeistert. Meine mächtigsten Diener fehlen unter eurem unnachliebigen Anstrengung. Komm, halt die Fresse und lass dich von mir töten. Nix, meine grenzenlosen Wut. Komm, er hat nur noch ein paar Leben. Ist es wirklich... Nein, er hat nur noch ein Leben. Oh, Mann. Ich bin mir nicht sicher. Gott. Genau wie Schuppi ihn immer noch angreift. Ich habe sie gut ausgebindet, Fort Ring. Die größten Kämpfer, die diese Welt je kannte. In meinen Händen. Genau wie ich es geplant habe. Für euer unwissentliches Opfer sollt ihr belohnt werden. Seht her, wie ich sie zu Anführern der Geißel wieder erweckt. LOL, was macht der da? Das Einzige, was hier gerade immer passiert ist, dass meine Angriffsanimation nicht geladen wird. Der Anzehort will durch sie sein. Und ihn sterbt als er sein. Als ob wir die besten Spieler ingame wären. Ja klar, das redet natürlich so. Von du ist noch nicht mehr Volllevel. Ich bin ja erst vor ungefähr ein paar Stunden auf 90 gekommen. Vor allem, ich bin noch nicht mal gestorben, ganz ehrlich. Ich bin immer noch hundertmal rausgeschmissen worden, Mann. Ja. Boah, die sollen sich mal beeilen jetzt. Ja komm, Fort Ring. Hau Arthas Schwert kaputt. Schuppi greift Arthas immer noch an. Hast du die Erfolge auch gekriegt? Ja. Gehen wir mal hin und looten ihn. Nein. Der Untergang des Lichtkönigs. Nein, es war nie mit Sequenz. Wo ist denn der Einwohn an? Hab sie mir ja schon lange nicht mehr angeschaut. Ich mute mich dann mal, währenddessen. Ja ja. Vater. Ist es vorbei? Es ist soweit. Kein König herrscht für immer, mein Sohn. Ich sehe nur Finsternis vor mir. Ohne die Führung ihres Meisters wird die ruhelose Geißel eine noch größere Bedrohung für diese Welt werden. Sie muss kontrolliert werden. Es muss immer ein Lichtkönig geben. Die Last einer solchen Würde. Ich bin ein Lichtkönig. Ich muss sie tragen. Es gibt sonst niemanden. Tyrion! Ihr haltet ein düsteres Schicksal in euren Händen, Bruder. Doch es ist nicht das eure. Bei allem, was heilig ist. Die Flamme des Drachen besiegelte mein Schicksal. Die Welt der Lebenden ist mir kein Traust mehr. Setz die Krone auf mein Haupt, Tyrion. In alle Ewigkeit werde ich über die Verdammten wachen. Nein, alter Freund. Ich kann nicht. Tut es, Tyrion! Ihr und diese tapferen Helden habt euer eigenes Schicksal. Dieser letzte Dienst ist der meinige. Man wird euch nicht vergessen, Bruder. Ich muss vergessen werden, Tyrion. Wenn die Welt frei von der Tyrannei des Schreckens leben soll, dann darf niemand erfahren, was hier geschehen ist. Sagt ihnen nur, dass der Lichtkönig tot ist. Und dass Wolva vor Drakon mit ihm starb. Geht jetzt! Verlass diesen Ort! Und kehrt nie wieder! So, das war die Sequenz. André? Ja? Okay. Ich muss hier noch auf das Zeug. Komm, ich mach einfach mal Bedarf drauf. Wenn du was haben willst, den Stab oder sowas, dann... Wer es wieder will, mach mal, mach mal das, please. Okay. Recht. Ich starb die gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ist das ein Stab? Ja, ist ein Stab. Okay. Oh, hast du durchgecastet? Äh, ja, hab ich. Müsstest du eigentlich bekommen haben. Äh, vielleicht die Reichweite nicht. Okay, warte. Ja, bestimmt, du bist einen halben Kilometer weggeflogen. Stab anschauen. Dann guck ich mal, dass ich hier rauskomme. Ja. Vordring hat auch nichts zu sein. Vordring hat auch nichts zu sein. Ja, ja, den geb ich dir dann noch. Mach hier noch ein Screenshot. Voll geil aus. Mach hier noch ein Screenshot. Wir könnten den auch 25 Spieler machen in den Schlagzug. Jetzt dann nochmal, oder was? Ja, aber der ist halt schwerer. Ja. Ist er dann wieder zurückgesetzt, so gesehen? Ja, aber er ist halt dann schwerer. Okay. Ich glaub nicht, dass wir das dann schaffen. Ich weiß, wir könnten es mal probieren. Wenn wir dran scheitern, dann probieren wir es einfach morgen mit, äh, sprich heute mit Georg nochmal. Und Tobi dann? Nicht der mal Tobi bitte. Okay, nur mit Georg. Tobi hat gestern noch gesagt, der ist morgen jetzt nicht so da. Und der ist noch nicht mal Level 80, also. Versuchen wir es halt morgen nochmal mit Georg. Und dann. Falls wir doch nochmal scheitern. Sollten, dann gucken wir mal, dass Tobi. Wenn wir alle 3,90 sind. Dann müsste das nochmal eigentlich klappen. Hm, ob ich raus bin. Ich weiß gar nicht, wo ich raus kann. Du musst halt den Teleportplatz finden, gell. Ich steh grad mal auf den Teleport. Einmal des Lichts musst du dich transportieren. Das Problem ist, ich kann die Teleport nicht benutzen. Da ist deine Leiche drauf und meine Leiche, aber mehr auch nicht. Kann da nicht raus. Entweder müsste ich mich wahrscheinlich nach OG teleportieren oder sterben. Mit Tyrion kann ich auch nicht reden. Warte mal kurz. Und da oben ist der neue Lichtkönig einfach. Komm, mach ich auch noch ein Screenshot mit dem. Oh, ich hoffe, wenn man hört, ist nicht meine Maus. In der Aufnahme. Da ich ja die andere benutzen muss, weil mein alter Schott ist. Ach, da bist du ja. Ja. Kannst du es auch benutzen? Wir tanzen mit Tyrion auf Wallring. Mh. 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 Okay. So genau her. YOLO. Okay, dann würde ich mal sagen. YOLO MAUDA DOLO. Yeah. Flatschk. Wie geil das ist. Immer so runter als Waldo. Mh. Niem. Endo ist runter. Okay, dann belebe ich mich schnell da drin wieder. Dann können wir es nochmal auf 25 versuchen. Oder wollen wir es auf 10 HC machen? Können wir auch. Los, dann glaube ich hat der Lichtkön 20 Millionen Leben. Weiß ich nicht. Müssen wir nachschauen. Eventuell. Weil ich... Aber ich denke mal nicht, dass ich das... Ich denke aber mal nicht, dass ich das dann aufnehmen werde. Weiß ich nicht. Aber und wenn, dann in der separaten Aufnahme. Hast du es eigentlich umgestellt schon? Ah nein. Okay. Dann lass uns mal... Bei den Stab her. Oh, ja okay. Gebe ich dir noch schnell den Stab. Da ist hier dein Stäbchen. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Dann beende ich hier schnell an der Stelle die Aufnahme. Mal gucken, ob ich das andere noch aufnehme. Und wenn dann vielleicht auch bloß wieder ein Kampf gegen Arthas. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich hab keinen Bock hier den ganzen Dungeon von Anfang an aufzunehmen. Naja, auf jeden Fall.